Hallo zusammen, wer noch ein Geschenk sucht ist hier genau richtig, gebt die Weihnachtsangebote. Und zwar Call of Duty Black Ops 2 für 41,49€, Assassin's Creed 3 für nur noch 21,39€, FIFA 13 für 23,89€, dann kommt noch Hitman für 22,49€ und der Knüllerpreis ist Far Cry 3, Top Spiel für 23,59€. Und zudem verlost ein Partner von Gamelan und zwar Gaming Insite am 24.12. ein Gaming Notebook von XMG. Alles was ihr dazu machen müsst ist eigentlich auf den 24. hier klicken, euch hier eintragen und die beiden Kanäle abonnieren. Dann macht ihr mit und habt die Chance auf dieses Notebook. Und ansonsten noch bis im nächsten Video. Tschööö. Untertitelung des ZDF, 2020